ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und dann geht's die Schöne! Hallo, Leute! Hallo, Leute! Wie geht's denn, Leute? Wie geht's denn heute? Wie geht's denn? Ja! Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wir sind in den Theater, und wir sind in den Theaternberg. Wie geht's denn? Wie geht's denn? N'a ρωτήσ'c'c'c, τώρα που ξεκινήσαμε ζεστά ή ζεστά και είμαστε εδώ, έτσι λιγάκι μεταξ'c'c Έχετε προβάρει εσείς υποψήφοι κάνα, έτσι, ψεύτικο χαμόγελο, λέω τώρα, ρε παιδιά, κούφια η ώρα, σε περίπτωση που δεν κερδίσετε κάποιο βραβείο. Σας βλέπω, σας βλέπω! Από το χαμόγελο που ξες που κάθεσ'c, ακούς, ακούς, λες, że to πάρω εγώ και ξαφνικά κάνεις έTSσι Ich glaube, einige von den Haumgell-Aufthäusern wird euch benötig sein. Was für heute? Das ist ein riesiges Geheimnis! Ihr seid wirklich beeindruckt! Wir sind alle bereit? Ja! Okay, ihr seid geheimnis. Ihr seid geheimnis. Die sehr schönes Geheimnis. Wir haben hier im Theater of Rocks. Wir haben ein Fabulous Night. Die habe ich mit dem Justin gemacht. Wir sind so international geworden, dass wir, wenn wir die Tamar haben, dass wir zumindest in den Kontak Theater sind. So, ich gehe jetzt an den vier-jährigen Gehirn. Ich glaube nicht, dass ich gar nicht. Und ich möchte, dass wir mit dem ersten Vraveo beginnen. Das ist ein schönes Dance Video Clip. ist sofort aus der Dream Team von So You Think You Can Dance. Ich sage es ein bisschen mit dem Stil. Ich sage es aber So You Think You Can Dance. Für den besten Dance ist es neben uns Nikihtis Lukas. Wie ist es? Wie ist es? 9 4 8 1 Kriklin Klan! You ready? Yo, I'm on fire! 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 Ok... 고err gema Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo ist die Band? Wir sind von dieser Rock Pop Band Sunrise Avenue. Wir sollten uns spielen. Boys, wo sind wir? Wir wissen nicht wirklich was zu tun. Was ist das Ding? Aramal! Wir sind hier für den Award für die Bestes Pop Musik Video. Und die Nominierten sind... Dio und das und die Hatschigiannis. Mad Video Music Awards 2007 von Goody's und Wind. Der Winner ist... Der Winner ist... Was sagt er? Du sagst es. Du sagst es. Best Pop Video Clip ist... Mihal Patryanis! Du sagst es. Du sagst es. Du sagst es, Mihal Patryanis. Du sagst es. 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 Teichen. Du sagst es. Du sagst es. Du sagst es. Ihr seid sehr schön. Du bist 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 sehr schön. Ist der Marek der Skynoszentrale? Nein, das ist der Kostas Kappenit. Kappenit, mach ein bisschen einen Kostas hier. Wir zwei, die Kamera ein bisschen. Der kamer der Kostas, der kohle, der Schmerz, der Schmerz, und drei Foto in der Barsche. Ich möchte, dass wir Wir sehen uns, die 4... Du hast schon gesagt, du hast schon gesagt... Du hast schon gesagt, du hast schon gesagt... Die 4 Epikratester Videoclip... Okay, dann... Ich hoffe, dass ihr einen tollen Abend habt und ich möchte euch sagen, dass ihr die 4 Epikratester Rock Videoclip... Für die 4 Epikratester Videoclip... Epikinvernal... 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 Serial... Toxerot... Tha'rdees... Mia Mera Tha'rdees... Onyrama... Asse na Psema... Asse na Psema... Giorgos Milonas... Asse na Psema... Jushai... Snap... Jushai... Jeet Rehauf... The Ad to Zubb... Shut up, your ground... Yeah, weصل Playing... Don't Hall the Meister... O-Nhmm Nerang that when the Fuckingmiono... I'm waiting... This meetup ass... Medi... Video Music Awards 2007... The Smells the Goodies... And The Wieners... Tunnel... Tha'bendit... diz par competitors Das ist die Zeit für mich, Thémy, und wer möchte. Ich weiß nicht, was ich will. Ja, ich muss sagen, dass ich mich gefragt habe, wenn ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Das ist so, sehr schön. Sie sagen, es sind so schön. Bestes Video-Clip Rock! Rock, wie es spricht. Rock, wie es spricht. Rock, wie es spricht. Serial! Ich glaube, das stimmt. Ich will mich für dich. Ich will dich, dass du dich nicht zu한. Ich will dich, dass ich sie das. Ich will dich, dass du dich nicht zu einem Tag anpupen. So, was ich drin ist? Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... ...... ...... ......... Das war sehr gut. So, schnell! Der nächste Live ist der Effialtis, der jeden Kalli-Technik. Und wenn ich Effialtis bin, ich weiß nicht, dass ich den Jeep in den 5.00 Uhr bin. Ich weiß nicht. 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 Wir warten auf dem Wasser. Frau Hübsche, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Das war ja nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ich möchte einen Schuchze auszüllen, einen Schuchzen zu machen, ich würde ein bisschen für die Technik und ich will es so viel bei dir. Ich möchte ein Schuchzen für den Schuchzen kommen und ich will das Museum, für die Schatz und die Gäste des Heiligen. Ich möchte einen Schuchzen an den Top 10 machen, um die Top 10 zu verhindern. Ich möchte eine Schuchzen für die Farben und eine Schuchzen, um die Schuchzen zu verhindern. Ich möchte einen Schuchzen und ich will das Schuchzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich gebe dir die Rühe, das eine und das andere, das alles. Mit der Nathalie, ein sehr freundlicher Künstler. Die Nathalie ist auch der Künstler. Giorgos Christus! Guten Tag! 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 Ahn! E steamer. Entren wir laufen! Ich bin sie draußen in Europa! Wir sind sehr schön, aber ich weiß es, das weiß ich. Und warum wir hier sind? Wir sind hier, um zu zeigen, das Wrappier für den besten Film-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik. Den besten Film-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik-Leik. Ένα, θαità lot�� terra. Ένα,แγκυζήanov diverse nost��eyן 충족 Jakarta Myrad. Δεν θα μείνω. Η ζωή μου σ' cen pien entre us. Δεν θα μείνω. Να πονάω. Και επηρεαστικά, σπάστικά. Επηρεάστηκα. Μήνω. Δεν υπολόγισα. Μα τυχώς που υπάρχει απ'τίας Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin der Bande Spani, der Bande Spani ist. Ein Film von Antoni Remo, ich bin der Bande Spani. Ich bin der Bande Spani. Und der Bande Spani? Der Bande Spani? Der Bande Spani? Die Mad Music Awards 2007. Peggy Zina! 1! 1! Wir werden immer noch nicht mehr, außer st Soviet Union. We will not be a winner, we will come for a year. Thank you very much for you, I have been very happy for you, I would like a lot to be here. But you will know why I am I, why not am I? And then you must have to be adar of the marriage. We have to be with you all to be eager. Because the social media is winked at the same time. Musik 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 Das war's für heute. von Mad Video Music Awards von den Goodies und den Wind. Wir gehen weiter für den nächsten Abonnenten. Das ist jetzt der beste Begründung. Das werden wir lernen. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, die Ergebnisse. Für diese Abonnenten, ich möchte, alle, dass ihr alle aufmerksam sind. Ah! Ihr könnt ihr hier aufhören. So, der Karrafautis und der Aufmerksamkeit machen sie einen Weg. Der Karrafautis, der Karrafautis! Good morning! Good morning! Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Ich bin der Karrafautis, der Karrafautis ist der Karrafautis. Du hast es gemacht. Was machen wir? Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Es ist nicht der Karrafautis. Es ist sehr schön. Ah, man! Also, wir haben wir hier. Ich habe eine Frage. Ich bin der Karrafautis. Ich bin der Karrafautis. Nein. Es ist nicht der Karrafautis. Ich bin der Karrafautis. Ich bin der Karrafautis. Ich bin der Karrafautis. Er war kein bakemarik. Er war etwas om eine 60er Seite. Wir haben einen 60er Seite zur Karrafautis. Wir sind der Karrafautis. Untertitelung. BR 2018 ...και στάμπα πορόδε. Πόσο ακόμα. Γύρισε πίσω, θα μπορώ. Άμμος, γύρισε πίσω. Mad Video Music Awards 2007 από την Goody's και την Wind. Μάλιστα. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Είδαμε τις υποψηφιότητες. Ας δούμε τώρα και ποιος είναι ο νικητής. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο να παρακαλώσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, το καλύτερο βίντεο κλιπ για συγκρότημα είναι Στην Real Επικίνδυνα Σε Θέλω. Επικίνδυνα Σε Θέλω Μέσα μου φυλάς Επικίνδυνα Σε Θέλω Επικίνδυνα Σε Θέλω Επικίνδυνα Σε Θέλω Επικίνδυνα Σε Θέλω Το ξέρεις πως για σένα Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και πάλι Θέλω να πω ότι η pop rock σκηνή στην Ελλάδα όλα και δυναμώνει. Ευχαριστούμε. Και τα συγκροτήματα έχουν άλλη γλυκά, παιδιά. Το λέω από... Εσείς τα νέα παιδιά που έχετε συγκροτήματα Πάμε, πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε. Δεν κάνω σχόλιο τώρα άλλο, δεν κάνω σχόλιο. Άντε, είσαι το επανειδήν. Άντε, να το κάνω το σχόλιο. Mad Video Music Awards. Η βραδιά είναι ακόμα μεγάλη. Ούτε στη μέση νομίζω δεν είμαστε ακόμα. Προχωράμε γρήγορα για την επόμενη κατηγορία. Το καλύτερο ντουέτο. Δεν έχετε περίεργεια να μάθουμε ποιο είναι. Για την κατηγορία αυτή θα φωνάξουμε σε σκηνή είναι πραγματικά, όπως το λέει κιόλας εδώ, η συμβουλάτορας με το δωδεκάποντο. Αυτή είναι η Μαριέτα Χρουσαλά και ο Γιώργος Τσαλίκης ο οποίος πήγαινε ταξιδάκι έτσι πολύ κοντά στην Καραϊβική. Άλλος γείτονας αυτός, έτσι. Καλησπέρα σας. Γεια σας, παιδιά. Ρεσίμα αρκετά. Καλησπέρα. Του Κλάρα μας, εφηλήσω γρήγορα. Σιγά μην το έχανε. Σιγά μην το έχανε, εννοείται. Γρήγορα το βραβείο. Μαριέτα, θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, είχα μια αγωνία. Ναι, για τα εσύ. Διάβασα Μαριέτα και νόμισα ότι ήταν η Μαριέτα Γιαννάκου και κάθεσα 10 λεπτά και σκεφτόμουν τι να τους πω. Τι να τους πω, τι να τους πω. Της Μαριέτας Γιαννάκου. Της Μαριέτας. Αυτό ξαναπες, το πιάνει. Διακοπές στα παιδιά. Και να σου πω και κάτι, μεταξύ μας. Να αλλάξει και χτενίσματα. Έτσι. Συγγνώμη, δεν σας αρέσει το χτενίσμα μου. Όχι παιδί μου, τους Μαριέτας. Εντάξει, γιατί αγώδηκα. Γιατί εγώ το έκανε δικά αυτό. Για να παρουσιάσω το καλύτερο τουέτο. Και επειδή αλλάζει συνέχεια χτενίσματα. Ναι. Ας δούμε τα βίντεο. Ας δούμε. Καλύτερο βίντεο κλειτ. Δουέτο. Αποστολία ζωή. Συμμετέχει Γιάννης Τσιμιτσέλη. Λίπστικ. Πολύ με καλό θέμα. Κωνσταντίνα. Γιάννης Πλούτακο. Τι μπήκε ανάμεσά μας. Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Συμμετέχει Τζούλια Αλεξανδράτου. Μόνο για σένα. Γιώργος Μαζονάκη. Συμμετέχει Βικτόρια Χαλκίτσι. Summer in Greece. Mad Video Music Awards 2007 από την Goody's και την Wind. Πάμε να παίξουμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος. Πάμε με αγωνία να μετρήσουμε. Βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο της χρονιάς. Ναι, ναι. Είναι. Κάτσε να ανοίξουμε. Ναι με το φάιχελο. Τρία, δύο, ένα. Δέσποινα Μαζί και Γιώργος Μαζανάκης. Άμα ναι. Να πέντα λάβω κι εγώ. Να σ' αποκραταστήσω γιατί σ' έχω έστωσει καιρό. Που πήγει αν οι δύο τελειά κι ο ρομαδισμός. Φέντας την κρίση των τριάντα ή εγώ είμαι τρελός. Άμα ναι. Άμα ναι. Με σκουμόλωσαν το θέ. Άμα ναι. Με σκουμόλωσαν το θέ. Χωρίς εσένα τα ζω. Άμα ναι. Άμα ναι. Με σκουμόλωσαν το θέ. Άμα ναι. Με σκουμόλωσαν το θέ. Χωρίς εσένα τα ζω. Καλησπέρα. Το Snoopy Dokey 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 δεν έχει τέτοιο. Σήμερα λοιπόν ντύθηκα Μαζωνάκης γιατί η Βανδία έλειπε. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Χέβεν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Φίβο. Και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Ich weiß nicht, dass die Probleme des Diagnostik. Ich weiß, dass wenn sie zerstört sind, die Bäckte sind. Wie heute, die Bäckte sind hier. Das sind die Bäckte, die Bäckte sind hier. Das sind die Bäckte, die Bäckte sind hier. Mögen? Mögen? Das ist für die Eleni. Das ist die Zeit. Eleni, was wir machen? Ich glaube, dass wir hier sehen, dass wir den besten Videoclip von András-Kalltech. Sehr schön. Wir sehen uns. Bitte, bitte. Wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg. im Video Music Awards 2007 von den Goody's und Winner. KALYTERO VIDEO CLIP άντρας καλλιτέχνης Μιχάλης Χατζηγιάννη Όλα εκεί ποτέ Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με Πάρε με, κράφτα με, γιάφησέ με Αγάβα με, φύλλα με, μίσησέ με Όλα εκεί ποτέ μαζί σου Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με Πάρε με, κράφτα με, γιάφησέ με Αγάβα με, φύλλα με, μίσησέ με Όλα εκεί ποτέ μαζί σου Όλα εκεί ποτέ μαζί σου Σας ευχαριστώ και πάλι Τι άλλο να πω Το μεγαλύτερο ευχαριστώ για όλους εσάς που για άλλη μια φορά με ψηφίσατε Μιχάλη, πόσα βραδία πήρες μέχρι στιγμής Νομίζω αυτό είναι το δεύτερο Μόνο, και είναι μεγάλη νύχτα απόψε Αρκετά δεν είναι Πόσα βραδία έχεις συνολικά Δεν ξέρω, δεν τα μετράω Τα έχεις όμως όλα έτσι το πληθυμένο Κάπου βρίσκομαι, τα έχω μεράσει Λίγα η αδερβή μου, λίγα η μαμά μου Έχω κουβάθει γιατί ο Μιχάλης μου φαίνεται τρακαρισμένος σήμερα, εκτός αν είναι από τη ζέστη Σου φαίνεται ο Θεμού, σου φαίνεται Φαίνεται, οκ Λοιπόν, φεύγουμε εμείς Πάρε το μικρό, το μικρό Λοιπόν, να πω κάτι Σχέση με το συγκεκριμένο βραβείο και με την σημερινή βραδιά με την αποψινή βραδιά Ότι η εικόνα είναι πολύ σημαντική στις μέρες που ζούμε καθορίζει συνήθειες δημιουργεί αντιλήψεις και συνειδήσεις Αλλά το τραγούδι δεν είναι μόνο εικόνα Το τραγούδι έχει υπόσταση και το βασικό του στοιχείο είναι ο καλός στίχος και η καλή μελωδία Αυτά Όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ εικόνας ενός τραγουδιού και το τραγουδιού του ίδιου Να είστε όλοι καλά Και ευχαριστώ πολύ Για να κάνουμε και την απονομή επίσημα Μπράβο, Μπράβο Μιχάλη Λοιπόν Το επόμενο live έχει και αυτό ένα νικητή Τους εξής έξι Ναι, είναι έξι Είναι οι τρεις ευχές Αν θυμάστε είναι το συγκρότημα το οποίο κέρδισε πέρσι στον διαγωνισμό του Mad4Bands Για να εμψυχώσει τις τρεις ευχές το πρώτο τους live κοντά τους και κοντά μας Η Ραλία Χριστίδου Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τις αρχιέχνεις Θα έρθω να σε βρω όπου και να σε Πάντα θυμάμαι όσους μ' αγαπάνε Σ'αυτούς δώσ' ελευθερία Της στιγμής τη μαγεία Έχω την ελπίδα θα σε βρω Πριν χαθώ Δες το σωστά να ελευθερωθώ Όπου και να σε Φόλις μου Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Frau, die sie auch selbst ist, mit der eigenen Reihe. Und sie kam aus dem L.A. aus Los Angeles, der sie kamen. So, ich freue mich, dass ich sie gut fühle mich an, dass ich einen sehr grossen Ausdruck habe. Die Frau, die Frau von Paris, die Niki Hilton. Hallo Paris, wie sind Sie? Können Sie einen Kiss? Es ist so schön, dass Sie hier auf dem MAD Video Music Awards Wo ist unser Translator? Ghi, wo ist Ghi? Wo ist Ghi? Ghi, Ghi! Ich brauche mich zu helfen, ich möchte Sie so einfach und ich empfehle mich, die Niki. Ich weiß nicht, Sie sind Englisch. Sie sind Englisch. Sie sind Englisch, Sie sind Englisch. Sie sind Englisch, okay? Ghi, Sie sind Englisch. Ich bitte sehr, 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 Sie müssen uns fragen, wie Sie sehen, wie Sie sehen, bis Sie in den MAD? Niki, wie Sie sehen Sie in den MAD? Niki, Sie möchtest du... ...frog legs für Frühstück? Nein! 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 Sie sind Englisch. 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 Nein! Sie sind Englisch. Sie sind Englisch. Ich bin hier für die Wahl für Best Dressed Artists. So, let's see the nominees. Wow! Wauw! Ich bin hier für dieuros! Du bist hier. Nein! Sie sind Englisch. Sie sind Englisch. Ich bin hier. Sie sind Englisch. Ich möchte die Ester-Konomi ändern. Mad Video Music Award 2007 von Goody's und Wind. Das ist die Ester-Konomi. Und der Ester ist... Okay, Nikkie, wir sehen uns den Ester. Elena Paparizzo. Ja, Elena Paparizzo, das ist korrekt. Ich kann mich nach Hause machen. Ich würde dich schrauben, wenn du mir einen Rennen so zusammen. Ich würde mich schrauben, warte ich mir nicht, die ich in der Körper schülle. Wenn ich zu dir bin, ist die Ester-Konomi. Willkommen zur Ester-Konomi. Danke. Was ich an der Ester-Konomi ist? Ist dir ich ein Freund? Nein. Ich bin als Donny. Vielen Dank! 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 out of my bed What's up? Yeah! Thank you! Alles, alles. Michalis Khadzigiannis Mad Video Music Awards 2007 von Goodies und Wind Michalis Khadzigiannis Mad Video Music Das war's nicht so gut. Ich bin dein Leben, ich bin dein Leben, ich bin dein Leben. Die zwei Kategorien! Ich glaube, es sind alle zwei Kategorien! Ich glaube, es sind alle zwei Kategorien! Gut! Wir haben jetzt die erste Kategorien, eine Kategorien, die noch nie gab, bis zum Matt Video Music Awards. Und wir haben, glaube ich, es ist wirklich ein Kategorien. Denn die MatTV schießt bei uns in Bulgarien. Und für diesen Grund haben wir MatTV Bulgarien! Wir haben jetzt eine Kategorien, die wir für den besten Video Clip sind die MatTV Bulgarien. Die Kategorien in dieser Kategorien wird uns die Kategorien geben ... ... ... Hey, Nick! Guten Tag! Als Sie hörten, ich gebe Ihnen den besten Video Clip für den MatTV Bulgarien. ... 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 Ich bin mir einfach nicht mehr so gut. Aber ich mache dir das, Lidia. Ich habe mich zu erlöscht, du hast du viel bekommen. Du hast du das Kleingel bekommen. Ich habe mich gesetzt. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Du hast dich, Lidia, zu wählen. Du bist du bist, die Nelle Furtante, du bist eine Spezialistät. Ich habe dich. Aber wir sind sehr viel Liebe. Und wir haben uns das. Und wir haben uns das. Das ist ein Wettbewerb. Bitte ich sage, du bist die Märizyna Tzaki. Spätsel. Du kannst du mir aufs Schifio-Tes machen? Nein, es ist nicht so. Wenn wir uns aufs Schifio-Tes machen, können wir uns diesem Wettbewerb machen. Ja, du kannst du es nicht. Wenn du mich aufs Schifio-Tes machen kannst, dann kannst du es dir. Aber wenn du dich aufs Schifio-Tes machen kannst, dann kannst du es dir gehen. Wettbewerb. Ich sage das auch. Es geht um die Schifio-Tes. Ja, es ist auch nicht so. Ja, das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you, thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Undertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020